Kinderclub stellt vor! Puffla, Puffla, Puffla-la, ich hab einen Pilz-Hurra! Puffla, Puffla, Puffla-la, ich hab einen Pilz-Hurra! Ein Igel läuft durchs Gras, dort sieht er irgendwas. Was, was ist denn das? Ein Apfel liegt im Gras. Äpfel sammeln, das macht ihm großen Spaß. Puffla, Puffla, Puffla-la, ein großer Apfel hier, Hurra! Puffla, Puffla, Puffla-la, ein großer Apfel hier, Hurra! Ein Igel läuft durchs Gras, dort sieht er irgendwas. Was ist denn das? Ein Zapfen liegt im Gras. Zapfen sammeln, das macht ihm großen Spaß. Puffla, Puffla, Puffla-la, ein Tannenzapfen hier, Hurra! Puffla, Puffla, Puffla-la, ein Tannenzapfen hier, Hurra! Ein Igel läuft durchs Gras, dort sieht er irgendwas. Was ist denn das? Ein Blatt liegt hier im Gras. Blätter sammeln, das macht ihm großen Spaß. Puffla, Puffla, Puffla-la, ich hab hier ein Blatt, Hurra! Puffla, Puffla, Puffla-la, ich hab hier ein Blatt, Hurra! Abonnier den Kinderklub-TV-Kanal und schau neue Zeichentrickfilme jeden Tag!